Es geht weiter. Nächste Fahrung, Tag Nummer 129, Mathe 1. Mike Köln, RB Lauch, Südbaden, EM, Henrik Lauch, Schmidt, KV Riegelberg, Saal, Mathe 1. Kampfrichter dieser Fahrung ist Daniel Kain, Mathe-Präsident Ingo Geissel und Klumpfrichter dieser Fahrung Hartmut Kuhlheim. Putz'r Händler! Beep! 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 Sieger und Ursch testisch überlegenheit wird Hendrik Lars-Schmidt, KV Liegesberg, Saarland. Die Damen und Herren, die deutsche Gehorenhaushalt gewinnen lassen bis 63 Kilogramm, 2. Mike Köln, R.D. Lauf, Südbadet.